Willst du wirklich nichts trinken? Nein, ich will nichts. Wirklich? Wirklich. Ich schwöre? Ich schwöre. Okay. Mal gucken, ob er mir was mitbringt. Er steht gerade an der Kasse. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Hier. Was ist für mich? Such dir aus. Dankeschön. Sehr gut, Schatz. Du hast den Test bestanden. Ich hab das nur gemacht, damit du nicht wieder rumholst. Was? Was?